Neu Hochs bei den Kryptos, Indizes schwächeln, jetzt bei Wall Street Heartbeat. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wall Street Heartbeat an diesem Mittwoch. Und da es schon wieder einige Zeit her ist, als wir es hier zuletzt gesehen haben, hat sich auch einiges wieder getan. Deswegen wollen wir auch jetzt wieder alles in einem Block zusammenwürfeln. Und es gab ja gestern große Einstürze bei den Indizes, nachdem es vorher neue Allzeithochs gegeben hat. Und es hat sich auch wieder ein bisschen stabilisiert. Aktuell zur Stunde drückt es so eher seitwärts herum. Und ich würde vorschlagen, wir warten jetzt noch genau sechs Minuten und schieben das aufs Ende des Videos, weil in, wie es ist gerade, 15.24 Uhr warten wir noch die Wall Street Eröffnung ab und schauen es in der Zwischenzeit erst mal die Kryptowährungen an. Danach gibt es auch einiges, was Neues passiert ist. Und zwar, wir haben jetzt inzwischen schon wieder ein neues, inzwischen so circa zwei Jahres hoch gemacht, 51.000 überschritten, 50.000 natürlich schon längst überschritten. Und wir sehen auch, dass vor allem nach diesem Knotenplatzer, den wir hier gehabt haben, noch Anfang Februar, wo dieser Bereich von 43.800 überschritten worden ist, als der Deliklos kam, seitdem lief es in einer Tour durch. Bis zu 50.000, bei 50.000 hat er sich tatsächlich ziemlich genau den Kopf gestoßen. Dann ging es gestern auch mal kurz zurück, war auch so eine kleine Schrecksekunde vielleicht, ein paar Stunden ging es zurück. Aber auch am Ende, wenn man sich das im Tageschart anschaut, es war nur der Retest, der ja wohl auch ein Stückchen notwendig war, nachdem es am Montag auch gleich weitergelaufen ist, nach den heißen Wochenfilane letzte Woche, musste auch mal der Retest herkommen. Und es ist vor allem auch gleich wieder zurückgekommen. Das ist jetzt deshalb interessant, weil, jetzt gehen wir noch mal ganz kurz hin, Wir haben ja bereits dieses Setup mal bei Trading am Sonntag gezeichnet gehabt. Da ging es darum, dass wir von diesem Hoch nach dem ETF bis zu diesem Korrekturtief vor einigen Wochen, wenn wir diese Distanz nach oben projizieren, dann würde uns das theoretisch ein Projektionsziel von ca. 59.000 geben. Es würde uns in weiterer Folge bei einer eventuellen doppelten Projektion in etwa das Allzeithoch führen. Und wir haben auch gesagt, es wäre natürlich eine Option, das war ja noch am Sonntag, wenn er über diese 49.000 drüber geht, dass man dann einfach auf den Daily Close wartet und am nächsten Tag beispielsweise, also gestern, den Retest sich holt. Wer das gemacht hat, wie wir es am Sonntag gesagt haben, läuft ganz gut. Kann man eigentlich, wenn der heutige Daily Close auch tatsächlich deutlich über 51.000 stattfinden sollte, eventuell schon den Stopp nachziehen. Aber es ist auch interessant für all diejenigen, die jetzt vielleicht noch mal rein wollen oder noch nicht reingekommen sind. Denn das alles, auch inklusive von diesem Retest, das sieht sehr deutlich einfach wieder mal danach aus, auch, dass wir da genau bei 50.000 waren, dass wir wirklich auch die charttechnischen Levels recht gut einhalten bei Bitcoin, bei den Kryptowährungen aktuell. Und jetzt haben wir auch natürlich wieder diese Situation, das kann man vielleicht auch noch mal im Kleinen jetzt hier zeichnen. Das war das vorläufige Hoch, dann kam es gestern zu diesem Einsturz. Projizieren wir den auch mal ruhig, also wirklich diese gesamte Distanz genommen, die jetzt nach oben weg projiziert, dann bringt mich das in etwa auf die Zone jetzt so von 42. Wir bleiben jetzt mal bei einem kleineren Timeframe in diesem Fall. Also wenn man das jetzt als kleineren Timeframe nimmt, doppelte Projektion, die in so einem Fall bei solchen schnellen Rücksetzern oft kommt, das wäre dann ungefähr bei 54.500, also das heißt definitiv realistischere Kursziele, natürlich jetzt auch gerade für diejenigen, die vielleicht an den Aufwärtstrend glauben, aber jetzt nicht unbedingt gleich Richtung Allzeithoch denken wollen. Und da haben wir definitiv jetzt diese Möglichkeit, das können wir jetzt noch mal ein bisschen schöner machen, das Setter vom Zoom-Faktor her. Und da sehen wir, das war erst mal das Dach im ersten Moment. Da sind wir dann gestern abgestürzt und relativ schnell, schneller als vielleicht erwartet, heute Morgen hier wieder durchgebrochen. Und somit wäre das jetzt natürlich wieder der Punkt zu ungefähr 50.350, also etwas oberhalb von 50.000 von der runden Marke. Das wäre jetzt nochmal wieder so ein Bereich, wo man eventuell Beilimits hinsetzen kann. Wieder so eine Situation, wo man sagt, warum soll ich jetzt ein Beilimit da unten hinsetzen? Es kann natürlich sein, dass er auch in den nächsten Stunden heute Nachmittag nochmal neue Hochs macht. Da würde man sich erst recht blöd vorkommen, wenn man die Beilimits da unten hat. Aber es ist halt so ähnlich, wie das auch noch aus Sicht von Montag war. Und dann plötzlich am Dienstag doch dieser Einsturz kommt. Gerade solche Moves, wenn sich das wiederholen sollte, eher in diesem Zeitrahmen wäre das eine Option, weil ich dann nämlich auch, wenn ich hier reingehen würde, ich sage jetzt würde, weil ich bin schon wirklich, ich habe gestern das auch genutzt, ich bin wirklich gut drin, ich muss das jetzt nicht nochmal machen. Aber wenn ich mal jetzt hier reingehen möchte, man könnte dann unterhalb von den, die von gestern stoppen, wäre dann mit 48.000 einerseits unterhalb der wichtigen, psychologisch wichtigen Runden 50.000, auch unterhalb der 49.000, die ja auch ein wichtiger Widerstandsbereich der Vergangenheit war und wäre dann trotzdem nur so ungefähr 2.000 Dollar entfernt mit dem Stop-Loss, was für Bitcoin in dieser Volatilitätsphase recht wenig ist. Und wenn man das erste Kursziel aber längst nach oben projiziert, haben wir schon 1 zu 1, wir haben zum zweiten Kursziel logischerweise 2 zu 1, das heißt 54.500, das ist alles wirklich in realistischer Reichweite, 1 zu 1, 2 zu 1, Stopps nachziehen und dann kann man immer noch ein Stückchen weiterlaufen für den Fall, dass es auch wirklich hochzieht, denn gerade bei den Kryptos, man sollte immer so ein kleines Stückchen, wie wir gesagt haben, drin lassen, denn man weiß ja nie, am Ende geht das so hoch und man kommt dann vielleicht gar nicht mehr so einfach rein und es lohnt sich auch da vielleicht so ein kleines Drittel verrückter vom Kursziel her drin zu lassen und rückt dann auch mal etwas höher setzen. Vor allem, wenn man bei den ersten beiden Kurszielen eh ganz vernünftig und nicht zu gierig war, dann darf man sich das beim letzten Drittel auch erlauben. Also würde ich ganz klar sagen, drittes Drittel dann erstmal ohne TB oder dann tatsächlich auch Richtung Allzeithochs und einfach mal die Stopps dann nachziehen. In weiterer Folge könnte man dann vielleicht ein Timeframe hochschalten und das Ganze unterhalb vom 50er H4 nachziehen beispielsweise, wenn der langsam in die richtige Richtung kommt. Also diese Optionen wird es dann geben, um diesen Trade auch noch weiter zu managen. Bei Ethereum gleiche Situation, wir sind heute hier ausgebrochen erst über das Hoch von nach der ETF-Entscheidung. Da war es aber auch so, dass diese Bewegung nach der ETF-Entscheidung prozentual gesehen etwas stärker war, auch währenddessen noch und somit natürlich waren wir vielleicht auch ein bisschen weiter oben insgesamt. Da sind wir jetzt allerdings auch durch, wodurch natürlich jetzt dieser Bruch in Bitcoin noch um einiges mehr wert ist, wie ich finde. Und gleichzeitig auch, wenn wir jetzt nochmal auf diesen Monatschart schauen, also der Ausbruch hier noch im Dezember mit dem Retest dieser wichtigen Zone bei 21,50 im Januar und jetzt im Februar geht es weiter und übersteigt möglicherweise jetzt auch das Januar hoch, auch wenn der Februar noch lange nicht vorbei ist. Aber aktuell läuft der Trend weiter. Nächstes Ziel wären dann somit auch tatsächlich schon die 3.000 Dollar, weil die 2.700 und 2.500 Zobesucher haben wir längst hinter uns gelassen. Auch da im kleinen Timeframe, da will ich nochmal kurz den Triple EMA zeigen. Da wäre es am sinnvollsten, wenn man jetzt das Momentum nutzen möchte, das wirklich nach Triple EMA H4 zu machen, denn dieser hat sich einfach schön bestätigt. Seit wir hier ausgebrochen sind, einmal kam es zum Rücklauf, der hat nicht richtig funktioniert, im Sinne von, dass er den Zehner nicht berührt hat. Beim zweiten Mal dann dafür aber sehr schön und auch wirklich ein neues Hoch. Und gestern war genau dieselbe Situation wieder bei dieser Korrektur am Abend. Und dieser Fortsetzung heute Morgen und jetzt auch in weiterer Folge am Nachmittag schon ein bisschen. Also da sieht man einfach, dass Triple EMA H4 hier gut ist. Also das heißt, wenn man hier noch Möglichkeiten sucht, es wäre ja ohnehin vielleicht interessant, nochmal die Rückseite des Tests hier zu handeln. Also nochmal das Rücklaufen auf die 2.715. Und es sieht auch danach aus, wenn das dann passieren sollte später, dass wir dann auch ungefähr in derselben Ebene oder auf derselben Höhe sind wie mit dem Zehner H4. Also könnte das dann auch so eine Kombination aus Retest Trades auf der einen Seite, aber andererseits auch von Triple EMA H4 werden mit der Option auch den Stopp schnell nachzuziehen. Alle vier Stunden hinterm 20er. Und wir haben dann für einen Initialstopp von schätzungsweise, das werden so knappe 80 Dollar werden, haben wir bis zu 3000, was bei weit nicht das Allzeithoch ist, dann allerdings schon circa 280. Also das heißt, wirklich gute Chance-Risiko-Verhältnisse auch an dieser Stelle, die hier möglich sind. Was das betrifft, nächste Sache, die neu ist oder die wir jetzt besprechen müssen, im Euro-USD. Da hat sich auch einiges getan, seit wir zum letzten Mal ein Video gemacht haben, weil wir haben jetzt Montag extra ausgelassen, weil da gab es dem Trading am Sonntag nicht viel hinzuzufügen. Also habe ich gesagt, mache ich lieber jetzt am Donnerstag, also morgen eine Ausgabe. Und wir abhalten das heute ein bisschen genauer hier. Wir haben im Euro-USD gestern, Inflationsdaten, USA, es ging deutlich nach unten, im Euro-USD-Dollar hat wirklich zu Stärke gefunden. Und es geht jetzt eigentlich nur um die Frage noch, wo wir diese Dollar-Stärke jetzt handeln wollen. Wenn wir jetzt im Euro-USD schauen, da sieht es weiterhin ganz gut aus, dieses Seitwärts-Setup aus der langfristigen Ebene. Wir laufen tatsächlich wieder, als wir hier oben gescheitert sind, Anfang des Jahres jetzt immer näher wieder zurück Richtung Unterkante dieser Range. Aber auch dieser ganze Wiedereintritt 1.10 und auch dieser Test, von dem wir hier gesprochen haben, wo wir auch gesagt haben, dass wir eigentlich ein Short-Signal schon hatten, als wir hier durchgekommen sind am 5. Februar. Es ist dann allerdings die letzten Tage, letzte Woche eher langsam und müde nach oben gelaufen. Aber es war halt noch dieser Widerstandsbereich von diesen Tiefs hier noch von Ende Januar. Und gleichzeitig hat sich so eine Art Flagge gebildet, das war auch ganz interessant, die dann letzten Endes gebrochen ist. Und jetzt sind wir hier wirklich unten durch und somit geht dieser Trend weiter. Also all diejenigen, die hier aufmerksam und regelmäßig unsere Videos verfolgen, die vielleicht von 1.10 noch Short sind, ich bin es auch noch, schöne Signale jetzt einfach weiter drin zu bleiben mit dem neuen Tief. Für all diejenigen, die vielleicht hier den Einstieg genommen haben, über den wir gesprochen haben, läuft jetzt auch ganz gut, kann man auch langsam die Stops ein bisschen nachziehen. Und für alle, die jetzt natürlich wieder rein wollen oder noch rein wollen oder vielleicht nochmal aufstocken wollen, ist hier auch die Möglichkeit, dass wir hier eventuell auch zu einem Triple EMA jetzt kommen. Die 1, eventuell 10.20, das müssen wir noch schauen. Aber auch hier im H4, da sind wir aktuell noch beim EMA. Ein H4 ist definitiv keine Empfehlung, weil hier lief es eigentlich in der letzten Zeit chaotisch. Wir sehen, die Rücksätze waren zum Teil immer sehr heftig. Also könnte ich mir auch vorstellen, sogar tatsächlich jetzt nochmal höhere Kurse zu sehen. Also vielleicht eher jetzt statische Einstiege suchen, so im Bereich von ca. 1.047. Die Hochs von gestern sollten für die Stops ausreichend sein. 1.08, 0.5 circa. Oder andererseits, wenn man jetzt einfach nochmal ein bisschen wartet und das läuft nach unten, das kommt zu diesem Support bei ca. 1.0670, was ja das nächste Kurs sein wird, dass man dann vielleicht nochmal einen Rücksetzer zu den kurzen EMAs in D1 anvisieren sollte. Also da könnte, das wäre eine Option. Aber ich habe jetzt vorhin gesagt, es ist entscheidend ja auch noch, wo wir jetzt tatsächlich den Dollar Long handeln. Beim Euro-USD ist es sicher eine Option. Beim britischen Fund-USD kommt es zwar auch runter, aber trotzdem, wenn wir jetzt wieder Euro-GPB anschauen, es war so, dass wir gestern zwar tiefer waren, also das Fund wieder stärker waren. Heute geht es wieder ein bisschen in die andere Richtung, wegen dem großen Support wohl auch. Aber die Entscheidung ist immer noch nicht getroffen. Aber aus jetziger Sicht, finde ich, ist es trotzdem stabiler, diese ganze Dollarstärke im Euro-USD-Short abzubilden, als im britischen Fund-USD. Es gäbe die Option, das beim US-Dollar-CHF zu machen, der jetzt auch diesen Wiedereintritt in der Monats-Short-Range geschafft hat. Das heißt, auch hier dieser Daily-Close, gestern da eventuell noch mal auf Rücksetzer, zurück zu den 88-18 hier warten, um da vielleicht noch mal Einstiege zu suchen. Es könnte auch sein, dass ein Triple-EM-H4 hier schon aktiv ist. Hier sehr schön, eher 20-34. Und da sind wir jetzt auch sehr weit weg. Also Bile mit 18 auf den 20er könnte eine Option werden, ob sich im D1 hier eventuell was bilden könnte. Das ist jetzt noch zu früh, das aktuell zu sagen. Wir sehen aber insgesamt, dass diese Dollar-Stärke hier fast um einige schöner durchkommt. Eine Option wäre eventuell auch noch der US-Dollar, Japanisch-Yen. Da sollte man aber grundsätzlich jetzt wieder bei Preisen oberhalb von 1,50 oder 1,50 vorsichtig sein. Auch die ca. 1,52 sind nah dran. Also da ist es natürlich, wir sehen es ganz schön, wie es hochkommt. Aber trotzdem müssen berücksichtigen, da ist auch die Notenbank in Japan ein bisschen mit drin. Und natürlich, wir sind hier wirklich auf Multi-Jahrzehnte-Hochs, die dann brechen würden bei einem Bruch von über 2,50. Und deswegen denke ich, dass da die längerfristigen Setups vor allem dann interessant werden würden, wenn wir das auch überschreiten und auch von der Notenbank in die richtige Richtung gelenkt werden. Das heißt, man bleibt da eher dann Euro-USD-Short und US-Dollar-CHF-Long dann übrig. So, und jetzt gehen wir zu den Indizes zurück, über die Vorschläge nochmal schnell. Und da habe ich, inzwischen haben wir die Wall Street offen, es ist 15 auf 35 sogar schon, wie ist es passiert. Wir sind gleich am Anfang, jetzt ein bisschen Hochkritik, kommen schon wieder nach unten. Wir starten die Wall Street im Prinzip recht hoch, wenn man berücksichtigt, dass wir gestern zum Ende der Wall Street unten waren. Aber es ging ja trotzdem in der letzten Handelsstunde nochmal etwas zurück. Also man hat schon gemerkt, dass dieser Einsturz einerseits natürlich vielleicht auch notwendig war, weil es ein bisschen länger gelaufen ist, auch natürlich mit den Wirtschaftsdaten zu tun hatte. Aber wir sehen schon wieder, dass wir hier ein bisschen drehen. Wir sind hier bis zum 13. zurückgelaufen, im S&P 500 im Daily. Wir sind es aktuell wieder zurückgelaufen zum 13. Also das schaut auch wieder so ein bisschen nach Trend aus, dass wir da eher am 13. die Einstiege suchen sollten und hinterm 20. stoppen. Wir können auch nochmal im Vergleich den Dow Jones anschauen. Der hat den Triple EMA D1 zerlegt. Also daraus ist leider nichts geworden. Sieht insgesamt jetzt sogar wieder von den ganzen eher schwächer aus. Und wenn wir den Nasdaq anschauen, auch den hat es zurückgedrückt, ähnlich wie beim letzten Mal knapp vom 13. den Einstieg verfehlt. Und insgesamt, jetzt müssen wir sich halt, also es sieht vielleicht so aus, dass er wieder nach oben kommen könnte. Aber ich bin trotzdem vorsichtig, weil es natürlich immer noch die Möglichkeit bestehen würde, dass ein tieferes Hoch wird. Und deswegen habe ich jetzt auch bewusst noch abgewartet, die Eröffnung, um zu sehen, was hier passiert. Und ich könnte mir halt vorstellen, das sieht vielleicht alles im Klageschat vielleicht trotzdem sehr bullisch aus, um nach einer Option jetzt günstiger reinzukommen. Aber ich führe einen frischen Einstieg jetzt wieder ins Long Momentum. Ich müsste wirklich erst mal ein Signal dafür kriegen. Und es ist immer noch die Möglichkeit, eben wir sehen hier das tiefere Tief, dass wir hier ein tieferes Hoch jetzt generieren und dann vielleicht sogar noch mal Tiefs machen. Also ich brauche zumindest irgendwo eine Bodenbildungsformation. Und die würde sich vielleicht ergeben hier im Nasdaq. Das heißt, das ist dann dieser Bereich, so um die 17.730 herum. Wenn er da jetzt zum Beispiel drüber kommt, dass man dort versucht, dann ein bisschen Long zu gehen mit den Stops unter dem 50er im 15 beispielsweise. Und so einen kurzfristigen Trade schon mal startet, den man dann am Abend einschließen kann und vielleicht noch ein Stückchen drin lassen kann. Das wären Optionen, wenn man da ein bisschen rumspielen möchte. Aber ansonsten, glaube ich, wird es das Sinnvollste sein, gerade auch in meinem Fall, ist sowieso, ich habe jetzt die Fünf-Kerzen-Regel, ich muss jetzt erst mal warten, weil ich aus den langfristigen, also zumindest aus den mittellangfristigen Trends rausgeflogen bin. Und da habe ich immer die Regel für mich erst mal warten, weil genau dann denkt man sich ja jetzt wieder, jetzt bin ich rausgeflogen, jetzt kommt er wieder hoch, gehe ich lieber wieder rein, weil sonst versäume ich am Ende noch was, dann geht man rein und dann geht er doch wieder nach unten und so weiter. Und dann sind die Gewinne schnell wieder futsch, die man ja doch noch irgendwie sichern konnte, trotz des Einsturzes. Also bei langlaufenden Trends lege ich immer eine Pause ein, zumindest von einem Tag, in der Regel von Fünf-Kerzen, aber bei längeren Timeframes kann es auch oft nur ein Tag sein. Oder eine Woche, muss ich nicht Fünf-Wochen-Kerzen zum Beispiel da warten. Und deswegen auch bewusst jetzt in meinem Fall Zurückhaltung. Ich will jetzt mal schauen, wie der Tag endet. Sollte er schneller als erwartet, beispielsweise im S&P 500 die 5.000 wieder überschreiten, dann werde ich vielleicht im kurzfristigeren Timeframe, wie H4, mir Momentum-Trade suchen. Und soll es doch nach unten gehen, weil es eben jetzt nicht hoch geht, dann bin ich erstmal froh, nicht long zu sein. Und dann werde ich mir Einstiege vielleicht in den Long-Trend eher wieder auf Weekly-Basis suchen. Dann werden wir halt auch sehen, was da am besten zu nutzen ist. Aber ich denke, dass wir dann wieder eher fündig werden werden im S&P 500 und vor allem auch wieder im Nasdaq. Denn auch im Nasdaq, wenn er da jetzt stärker runterkommt, wir sind ja noch recht weit oben noch, trotz der Bewegung aktuell. Der 10er Weekly beispielsweise wäre natürlich ein Traum, wenn ich da einen Einstieg kriegen würde. Und wenn sich da oben jetzt ein bisschen das Ganze doch jetzt nach unten wieder bewegt und wir hier ein kleines Umkehrmuster kriegen, shorten muss ich es nicht unbedingt. Aber zumindest dann wieder eher nichts machen und die Buy-Limits einfach auf dem 10er Weekly legen und erst eher schauen, dass ich da reinkomme. Habe ich dann einen recht weiten Stopp natürlich unter dem 20er Weekly, was dann aber wirklich auch ein ultralangfristiges Signal wäre, wenn das unterschritten wird, dass der Long vorbei ist. Und dann habe ich da vielleicht auch einen Trade, den ich dann das ganze Jahr auch halten könnte. Sollte der Trend sich später im Jahr natürlich dann auch noch fortsetzen. Und das ist natürlich auch dann gut, dass ich da auch erstmal draußen bleibe. Also auch ganz wichtig, wenn man in so langfristigen Trends drin ist und es laufen über längerer Zeit gut und das geht dann runter und man verliert ein bisschen von der Equity, aber hat trotzdem immer noch einen schönen Gewinn, den man mit einem nachgezogenen Stopp ausbuchen kann. Aber auch wenn es natürlich ein Verlust geworden ist, gerade bei solchen Trends und bei solchen Gegenbewegungen ist es oft ganz gut, mal einen Tag zu pausieren. Das wird auch dann wichtig sein. Gehen wir nochmal ganz kurz zu den Kryptos zurück. Auch wenn man da jetzt aktuell gerade long ist, kann man sich ja auch fast minütlich über neue Hochs freuen, aber dann ist es so, es wird auch da wieder der Tag kommen, wo man dann irgendwann wieder raus muss, wo Kursziele erreicht werden, wo man in nachgezogene Stops läuft und auch da natürlich jetzt schon in Hinblick darauf sollte man sich da auch schon ein bisschen vorbereiten, dass es dann wieder ähnlich wie bei den Indizes man vielleicht in einem Tag nichts macht. Aber ich denke, ich werde dann morgen dann die Entscheidung treffen können, worauf es dann rausläuft, auch bei den Indizes, ob ich dann einfach kurzfristiger im Momentum mitgehe oder ob ich dann doch einfach weiter unten mir meine Kursziele suche, meine Einstiege suche im Weekly Chart. Ich denke, das werden wir morgen besser entscheiden können und können wir uns dann gerne auch morgen bei der nächsten Ausgabe ansehen. Und jetzt zum Schluss noch was in eigener Sache. Wir werden künftig ein weiteres Webinar machen, zusätzlich zum Sonntag und zwar am Mittwochabend. Das wird allerdings ein Education Webinar werden. In der ersten Staffel, da wird es ausschließlich um Trading Strategien gehen. Den Anmelde-Link davon findet man auch auf der Drive Homepage. Und es gibt ebenfalls auch ein erstes Einführungsvideo zu dieser ganzen Thematik auch zu finden hier auf diesem YouTube-Kanal. Wir sehen uns das nächste Mal bei Wall Street Heartbeat wieder morgen am Donnerstag und bis dahin wünsche ich jetzt erstmal alles Gute und viel Erfolg.